Das finde ich ja die Spreide Schöne. Was war denn eigentlich mein Verbrechen, dass ich mich in einer Blume verkaffte, der fremden Boden versetzte? Und welcher Mensch, wenn wir auch von gelindern Himmelstrichler her wanderte, für bei so einem Anblickkalk und zu dem findlich Leiben bei allen Sternen. Das Mädchen wird noch ummeinverstandlich bringen, das Feuer, das in mir klemmt, wird mich noch verzehren. Alles wird der lieber Freund im Schnäppel, denn der Zerzett küsst. Und wie soll die Liebe meinen, weil ein Schwachze hästlich ist, weil ein Schwachze hästlich ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF ist, ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF ist, ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF ist, ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der ZDF, der ZDF, der ZDF. ZDF, der 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 Z Ich bin Jean-Christophe, ich hab Marseille. Ich mache Dinge, die niemanden interessieren, aber ich mache mich. Ich bin mehr Standard, Classique, von 30 Jahren, 60 Jahren. Die Musik von diesen Jahren ist pleine de vie, pleine d'humour. Und ich glaube, dass ich mich sehr interessiert bin. Was ich vielleicht nicht, dass ich nicht mehr 50 Jahre alt bin. Und Sie haben uns was entschieden? Also, ich habe eine Art ein bisschen Vintage. Beut? Ja, ja, ja. Ja, ja. Bravo Jean-Christophe, bravo Jean-Christophe. Tu gradiras, tu souffriras, et tu pourras la vie puissante. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja.